Hallo liebe Zuschauer und seid gegrüßt zu Märkte und Trends am Morgen. Wir schauen uns heute Morgen den Nestec 100, Nvidia, Amazon, Intel und AMD an. Kurz vorweg liebe Zuschauer, falls euch unsere Videos, Handelsedien und Analysen gefallen, lasst doch ein Like da, Kommentare zu den aktuellen Themen sind gern gesehen, dann den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr kein Video von uns mehr verpasst. Ich begrüße bei mir im Studio heute Morgen Andreas vom Märkte und Trends Team. Guten Morgen Andreas. Einen wunderschönen guten Morgen lieber Boris und einen wunderschönen guten Morgen liebe Zuschauer. Wie siehst du denn aktuell den Start in die Woche, also gestern und was erwartest du vom heutigen Tag, auch gerade wenn du jetzt einen Blick auf den Nestec 100 wirfst? Ja gut, also der Start in die Woche ist ja ein bisschen verhalten ausgefallen. Das haben wir ja nicht nur in den USA gesehen, sondern auch in den deutschen Werten. Aber natürlich hat das ein bisschen was damit zu tun, dass zum einen die Chip-Thematik wieder ein bisschen hochgekocht ist und das hat sich ja so ein bisschen die Spreu vom Weizen getrennt, weil Intel ja so ein bisschen in die kritische Phase eingetreten ist. Das Unternehmen braucht ja staatliche Hilfe, hat das jetzt auch bekommen über das Wochenende in Form von neuen Aufträgen, die Intel abarbeiten soll. Und das ist natürlich so ein Stützungsmoment, der auch für die Branche interessant wird, weil wir auch gesehen haben, dass Intel sich hier Sozius sucht, zum Beispiel Amazon. Und das wird deshalb interessant werden, weil auch andere Chip-Hersteller, beziehungsweise aufkommende Chip-Hersteller, wir haben ja bei den Magnificent Seven immer mehr, die auch selber ihre Chips herstellen, wie zum Beispiel Apple. Und hier werden die Karten neu gemischt werden. Ich gehe auch davon aus, dass Nvidia versuchen wird, noch weitere strategische Partnerschaften einzugehen. Die wissen sehr wohl, dass ihre Position als Top-Performer und First-Chip-Hersteller sozusagen im KI-Bereich auf jeden Fall irgendwann mal gefährdet sein könnte. Den Zeitpunkt dafür, den wollen sie natürlich immer weiter rausschieben, damit sie dann eigentlich erstmal einen großen Vorsprung herausarbeiten können. Und deshalb wird das in den kommenden Wochen sehr, sehr interessant werden, wie sich das weiterentwickeln wird. Das wird dann ja, denke ich mal, auch eure Nestec-Position soweit betreffen? Genau. Also wir haben ja noch unsere Nestec-Position laufen, mit der Kennenmer UK1TQH. Und die ist mit 0,24 Prozent momentan im Plus. Wir waren ja, wie ihr das mitbekommen habt, auch ein bisschen weiter schon im Plus, aber auch mal im Minus. Wir haben hier einen Faktor 3 in diesem Zertifikat, also einen relativ kleinen Hebel für ein Index-Zertifikat, haben die Position aber auch bisher im relativ kleinen Bereich. Das heißt, wir lassen uns natürlich die Option offen, für die sehr starken Monate Oktober, mindestens 2. Oktober-Hälfte und November hier vorher nochmal aufzustocken. Wir gehen schon davon aus, dass die Nestec nochmal in den Bereich von 20.000 oder mehr Punkten laufen wird. Wir schauen uns das auch vielleicht nochmal bei uns auf dem Monitor im Chart an, wie das mit der Nestec aussieht. Wir hatten ja am Freitag, wie gesagt, ein bisschen eine Bewegung nach unten bei der Nestec gehabt. Die ist aber schon wieder heute Morgen Makulatur. Das heißt, das Ganze wird wirklich auf dem Niveau von 19,5 gehalten. Nun ist ja die Frage auch, wir haben ja die Zinsentscheidung morgen der US-Notenbank. Das werden wir auch live natürlich hier für euch mitverfolgen. Und die Frage ist, wie reagieren die Indizes, wie reagieren die Märkte? Denn bisher ist es ja so gewesen, dass man eigentlich bis weit im Voraus von einem Viertelprozentpunkt ausgegangen ist. Jetzt hat der Markt schon ganz eindeutig eigentlich präferiert, dass es einen halben Prozentpunkt nach unten geben soll. Und das ist ja nicht sicher, das ist ja nur eine Indikation. Das heißt also, wenn Jerome Paul und das FED-Komitee sich doch nur für einen Viertelprozentpunkt entscheiden, wird es sehr spannend sein zu sehen, wie die Märkte darauf reagieren, weil die sind natürlich von diesem süßen Zinsgift jetzt wieder so ein bisschen inspiriert. Und wenn nicht geliefert wird, dann ist vielleicht wieder so ein bisschen Essig im Topf. Aber ich würde das jetzt gar nicht vorwegnehmen wollen, weil wie gesagt, alleine die Zinsthematik ist es momentan nicht. Wir haben eben die Chip-Thematik sehr stark im Markt und auch die Konsolidierung bei manchen Werten, aber auch eben die Idee, dass Werte, die bisher nicht so stark in der Nasdaq gelaufen sind, wie zum Beispiel Alphabet, jetzt stärker wieder hervorkommen werden. Andreas, was denkst du denn, was morgen zinstechnisch geschehen wird? Glaubst du, es wird diesen Schritt geben mit dem 0,5 Prozent? Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass die US-Notenbank eher einen größeren Zinsschritt macht, damit sie sich ein bisschen Zeit verschafft. Denn das bedeutet ja nicht, dass sie dann automatisch im November den nächsten Zinsschritt machen, aber sie sichern sich ein bisschen vor möglichen Unsicherheiten im Oktober ab. Und nun haben sie ja einen großen Fehler gemacht. Sie haben nämlich die Zinssenkung, die sie hätten machen müssen, im August nicht gemacht, beziehungsweise der Markt zu halbwegs schon eingepreist hatte. Das heißt, sie sind ein bisschen hinterher, was das Ganze angeht. Und wenn sie jetzt nur einen Viertelprozentpunkt machen würden, dann laufen sie halt Gefahr, dass die Entwicklung an ihnen vorbeigeht. Denn der Arbeitsmarkt ist ganz eindeutig auf dem Weg nach unten. Das heißt, die Arbeitslosenrate läuft nach oben. Und diese dynamische Entwicklung wieder so unter Kontrolle zu bekommen, wir haben das ja bei der Inflation auch gesehen, das könnte der Notenbank so ein bisschen größere Probleme bereiten. Jerome Powell hat ja auch schon gesagt, dass er das Mandat jetzt wieder so ein bisschen mehr auf den Arbeitsmarkt fokussiert und etwas weniger Inflation konzentriert ist. Das haben wir ja auch bei den Inflationszahlen in der vergangenen Woche gesehen, dass die Inflation nur noch bei 2,5 Prozent liegt. Das heißt, es ist überhaupt gar keine Notwendigkeit jetzt mehr, so einen hohen Zinssatz zu haben. Und auch der Abstand zwischen den Anleihe-Märkten, die ja mittlerweile eine 10-jährige Anleihe bei 3,6 Prozent preisen, die ja eigentlich diese Benchmark-Anleihe auch für die US-Holtenbank ist. Und den 5,5 Prozent, die wir noch immer haben, oder 5,25 bis 5,5, ist zu extrem. Das heißt, ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass der Zinsschritt größer wird. Liebe Zuschauer, was denkt ihr denn, was am morgigen Tag passieren wird, was die Zinsen betrifft? Was für einen Schritt werden wir sehen? Lasst es uns doch gerne hier in den Kommentaren wissen. Und noch ein Hinweis von uns, wir werden morgen am 18.09. live sein. Von 19.30 Uhr werden wir die Fett-Pressekonferenz bzw. den Zinsentscheid mit euch begleiten, bei uns auf unserem YouTube-Kanal. Von daher lohnt es sich auf jeden Fall, mit dabei zu sein. Andreas, du hast die Chip-Thematik gerade nochmal angesprochen. Nvidia, seid ihr positioniert und bleibt ihr auch weiterhin drin? Und ihr seht auch noch weiteres Potenzial in der Nvidia? Ja, es kam ja jetzt am Freitag da auch wieder so ein bisschen Unsicherheit auf, was die Nvidia-Erholung angeht. Ich habe das auch so ein bisschen mit einem lächelnden Auge gesehen, weil ich mir gedacht habe, naja, also die Tatsache, dass jetzt Intel ein bisschen in Schwäche gerät und auf der anderen Seite natürlich auch, dass China die China-Thematik wieder ein bisschen aufflammt, dass da mehr Regulierung drin ist, und das schadet Nvidia aus meiner Sicht überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, ich glaube, dass die Aktie weiterhin sehr, sehr interessant sein wird mit Blick auf den Herbst. Man muss immer bedenken, dass Nvidia eben der Indexwert schlechthin ist in der Nasdaq. Und damit treibe ich natürlich auch die Indizes an. Nun kommt natürlich noch dazu, dass wir am Freitag den großen Verfallstermin haben. Es werden also Optionen und Futures verfallen, was normalerweise nur alle drei Monate dann passiert. Dann heißt, die Nvidia-Aktie ist die Aktie, mit der ich den Index steuern kann. Wenn ich also will, dass der Index bis Freitag nochmal ein bisschen zulegt, dann werde ich natürlich die Aktie dazu benutzen, das auszulösen und umgekehrt auch. Also es geht gar nicht so allein momentan so um die Nvidia-Aktie. Man muss also über diesen Tellerrand etwas hinausschauen. Und wenn man das schafft, dann weiß man auch, dass bei dem Zugegeben, den wir in der Aktie haben und bei der Bedeutung, die die Aktie hat, die großen Investoren nicht die Absicht haben, die Aktie fallen zu lassen. Zumindest nicht bis zum Jahresende größere Konsolidierungen zuzulassen. Wir haben ja hier ein Zertifikat laufen in der Nvidia-Aktie. Das ist mit aktuell 26,9 Prozent. Im Plus, die Kennnummer UM0ZG3. K.O.-Schwelle 60,32. 2 US-Dollar und der Hebel 2,01. Wir bleiben in diesem Zertifikat natürlich weiterhin investiert. Wir sehen hier weiteres Potenzial für die Aktie. Wir haben es ja auch schon mal gesagt, der Mindestbereich, den wir hier sehen wollen, der ist so bei den Tops von Ende August im Bereich zwischen 128 und 130 US-Dollar und gehen auch davon aus, dass die Aktie das in absehbarer Zeit erreichen wird. Andreas, auch sehr stark bei euch im Depot ist die Amazon. Es gibt jetzt noch einige Neuigkeiten zu einer Kooperation zwischen AWS und Intel in der Zusammenarbeit. Bei der Chip-Herstellung soll stärker strategisch miteinander zusammengearbeitet werden. Gut, Intel ist jetzt nicht nur so positiv durch die Nachrichten halt gegangen, aber für Amazon könnte es natürlich doch, beziehungsweise die Sparte AWS, doch einiges an Vorteil haben. Ja, das ist richtig. Und auch wenn es bei Intel brennt, dann weiß auch die US-Regierung, dass das eine strategische, wichtige Bedeutung hat, dass man hier eingreift. Das ist allerdings kein Alleinstellungsmerkmal der US-Regierung. Wir wissen, dass das also sehr viele Regierungen machen. Wenn das brennt bei so einem wichtigen Unternehmen, dann versuchen sie natürlich alle, das einigermaßen in den Griff zu bekommen. Nun ist Amazon sicherlich nicht nur so ein Hilfsding von Intel, sondern die haben natürlich eigene strategische Interessen, zu denen wir gleich kommen. Wir haben dieses Zertifikat hier gerade mal eingeblendet, mit dem wir aktuell unterwegs sind. Das ist die MB4-D6S. Aktuell liegt das mit 21,8 Prozent im Plus. Die KAU-Schwelle liegt bei 80,35 US-Dollar und der Hebel ist bei 1,81. Das war übrigens auch ein Zweierhebel. Der ist natürlich durch den Anstieg in der Aktie zurückgelaufen. Das heißt, wir sind hier sehr zufrieden mit der Entwicklung. Und wir gehen auch davon aus, dass Amazon weiter ein Gewinner von der aktuellen Entwicklung sein wird. Natürlich nicht nur alleine, was die Chip-Thematik angeht, sondern auch in den anderen Aktivitäten, in denen sie unterwegs sind. Es kommt ja auch wieder das Weihnachtsgeschäft, also das Kerngeschäft von Amazon. Amazon ist da kein Verlierer. Das ist eigentlich ein Unternehmen, das gerade im vierten Quartal relativ starke Zahlen abliefern wird. Und wir rechnen damit, dass die Aktie auch hier nicht nur durch diese Thematik im Zusammenhang mit Intel, sondern auch in der Thematik des Wintergeschäfts wieder stärker an Fahrt gewinnen wird und in Richtung 200 Dollar laufen wird, Minimum. In dem Zusammenhang wurde Intel auch erwähnt. Es ist ja, wie du es gerade gesagt hast, es brennt ziemlich die Hütte bei denen. Jetzt ist auch die große Chip-Fabrik in Magdeburg, die von der Bundesregierung mit 10 Milliarden subventioniert werden sollte, erst einmal auf Eis gelegt, beziehungsweise für mindestens zwei Jahre zurückgestellt worden. Ja, Intel muss sparen. Intel muss sich ein bisschen umstrukturieren. Wie siehst du das Ganze aktuell? Ja, also ich will mich zur Thematik Deutschland dazu nicht äußern. Das wird wahrscheinlich zu lange dauern. Insofern würde ich mal sagen, Intel macht es richtig. Die müssen halt den Konsolidierungsprozess durchgehen, den zum Beispiel AMD in letzter Zeit vollzogen hat, in den letzten drei, vier Jahren. Das bedeutet immer, wenn man zu stark expandiert, muss man halt wiederum stark Kosten einsparen. Nun hat Intel natürlich auch einige Entwicklungen verschlafen, was wir aber nicht nur bei Intel sehen, sondern bei anderen großen Unternehmen, IBM zum Beispiel, ist auch immer so ein Thema, die erst mal ein Jahrzehnt durchschlafen und dann kommt der Holzhammer raus und dann wird dann mit der Holzhammer-Methode versucht, alles relativ schnell wieder umzukrempeln. In dem Punkt ist Intel, wenn man sieht, dass die Aktie ja, glaube ich, noch vor anderthalb Jahren knapp 60 Dollar gekostet hat und ich mich ein bisschen darüber gewundert hat, warum die so stark gehypt wird. Das ist wirklich ein Unternehmen, das eigentlich zu groß ist, das zu viele Strukturen hat und das einfach diese Strukturen verdünnen muss. So geht es eigentlich allen größeren Unternehmen, weil sie durch ihre Größe dann einfach nicht mehr effizient genug sind. Und diesen Prozess vollzieht Intel gerade eben mit der Holzhammer-Methode. Ich glaube nicht, dass das Unternehmen pleite geht oder sonst was in der Richtung, aber es wird eben einen längeren Konsolidierungsprozess geben und bis es da wieder steigende Kurse gibt, wird es noch weiter dauern. Sie hatten ja auch einige Probleme gehabt mit Ihren Chips, beziehungsweise Produktionsfehler in verschiedenen Serien. Von daher, das wirft natürlich auch kein gutes Licht auf so ein Unternehmen. Und ihr habt euch aber im selben Atemzug auch die AMD angeschaut und ist bei euch ein Kandidat, der mit auf eurer Watchlist liegt. Gibt es auch verschiedene Gründe zu? Ja, AMD ist ja zum einen der erste Verfolger von Nvidia und insofern auch mit der Einkaufspolitik, die sie gerade betreiben, versuchen ja strategisch hier mit kleineren Unternehmen sich zu verstärken in Form von Kooperation, aber auch in Form von Übernahmen. Ist da strategisch sehr interessant unterwegs. Ich glaube auch, dass der Aufholprozess von AMD in Bezug auf Nvidia sich beschleunigen wird. Auch wenn Nvidia sich natürlich da mit Hände und Füßen wert. Aber nun ist der Wettbewerb mal nun so, wenn ich das Goldene eigentlich noch mal neu erfinde, dann werde ich irgendwann Marktanteile verlieren. Dann muss ich mir halt andere Geschäftsbereiche oder ähnlich annähernde Geschäftsbereiche suchen, um hier das Wachstum einigermaßen im Tempo zu behalten. Und wir haben ja hier ein Zertifikat bei AMD rausgesucht. Das ist die Kennenummer UK9, gerade eingeblendet PZ9. Kaufschwelle 75,65 US-Dollar und der Hebel liegt bei 2. Ihr seid das schon gewohnt von uns. Wir haben ja schon gesagt, dass wir hier eine Position planen aufzunehmen. Noch sind wir aber nicht an dem Punkt, dass wir das machen werden. Wir werden natürlich diese Woche, die wir jetzt haben, hier noch mal genauer unter die Lupe nehmen. Trotzdem sieht die Aktie schon interessant aus. Ich glaube, dass sie auch mit den Zahlen im Oktober durchaus dann wieder aus ihrer Konsolidierungsspanne Richtung 190 oder 200 Dollar laufen kann. Wie gesagt, die strategischen Maßnahmen, die AMD getroffen hat und auch der Wettbewerb, den man Nvidia aufgenommen hat, das dürfte alles interessant sein für die nähere Zukunft. Und dann ist AMD natürlich jetzt nicht so sehr unter dem Blick der Behörden. Nvidia hat ja hier schon aus kartellrechtlichen Gründen vielleicht noch mal so einen kleinen Besuch zu erwarten, den AMD nicht hat, weil AMD eben ein Unternehmen ist, das diese kartellrechtlichen Geschichten schon hinter sich hat. Dann sind wir am Ende der heutigen Sendung angekommen. Ich bedanke mich bei dir, Andreas. Und wir bedanken uns bei euch fürs Zuschauen. Bei uns geht es weiter heute um 14.15 Uhr bei uns auf unserem Kanal Märkte und Trends. Könnt ihr einfach eine Suche oben eingeben. Und den Link dazu findet ihr auch hier in der Videobeschreibung. Wir werden uns dort noch mal um 14.15 Uhr das Brandöl anschauen. Gold, Bitcoin, Alibaba und Pinduoduo. Auch gerade noch auf ein paar Werte, die wir jetzt hier besprochen haben. Von daher, es lohnt sich auf jeden Fall einzuschalten um 14.15 Uhr bei uns auf unserem Kanal im Livestream. Und wir würden uns freuen, wenn ihr da mit dabei seid. Bis später. Untertitelung des ZDF, 2020